Kirche und Kilobits, Seelsorge und Social Media. Der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum München und Freising erforscht die virtuellen Computerwelten. Bei seiner Frühjahrsvollversammlung in Bad Aibling ist das Gremium unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft. Wir verlieren sonst den Anschluss an die junge Generation, wenn wir uns nicht auch diese modernen Medien zu eigen machen. Und da denke ich, haben wir heute eine gute Chance dazu. Die 160 Delegierten sollen sich also eine Meinung bilden und sind mit Vorerfahrungen und Erwartungen gekommen. Ich erwarte mir einen Impuls, wie die Kirche weiter mit diesem Thema umgeht. Bisher finde ich die Aktivitäten der evangelischen Seite ein bisschen besser im Internet präsent und bin gespannt, ob wir das vielleicht heute etwas forcieren können, dass wir da vielleicht ein bisschen aufholen. Ein bisschen mehr Einblick und Hintergrundwissen wird mir gut tun, kann ich brauchen und auch für unsere Ordensgemeinschaft, um so etwas weiterzugeben. Ein Analphabetismus nicht mehr in diesem Bereich können wir uns in der jetzigen Zeit auch im Hinblick auf die Jugend nicht leisten. Also ich möchte erfahren, wie wir vor Ort mit den neuen Medien umgehen können, so mit den Twitter und so und welche Gefahren drin stecken und auch Nutzen da voraus ziehen. Ich erwarte mir einen Blick auf die jetzige Situation und wo man sich dann auch positionieren will. Chancen, Herausforderungen, Gefahren werden von Fachleuten auf dem Podium diskutiert. Vor allem was Twitter, Facebook und Co. für die Pfarreien und Verbände bedeuten. Wichtig ist dabei, der digitale Wandel ersetzt die persönliche Begegnung nicht. Dafür gibt es viele Beispiele. Die katholische Landjugend im Erzbistum verabredet ihre Treffen über Facebook. Die Jugend in München St. Ludwig organisiert ihr Zeltlager über ein Intranet, das nur für angemeldete Benutzer zugänglich ist, um keine Daten an kommerziellen Nutzerpreis zu geben. Und das Bildungswerk Ebersberg informiert per Newsletter über Glaubensthemen und bittet die Empfänger um Rückmeldung. Genau so soll es laufen, sagt einer der Medienexperten und Podiumsteilnehmer. Wir haben heute viele Beispiele gesehen und viele Projekte kennengelernt, was es im Bereich der Ärztezöse München und Freising schon gibt im medialen Bereich. Ich empfehle jetzt, ich würde nicht auf den großen Masterplan warten, der alles festlegt, sondern ich würde einfach in kleinen Schritten loslegen. Auf der Frühjahrsvollversammlung wurde dabei nicht nur geredet und zugehört, sondern auch ausprobiert. Die Diskussionsbeiträge aus dem Saal wurden getwittert und waren sofort weltweit abrufbar. Ich fand das toll. Wir haben auch dadurch Zeit gespart offensichtlich, denn eine echte Diskussion braucht halt logistische Zeit und andere Zeit. Ich bin auch ein Twitter-Neuling, fand sehr gut, wie die Leute einfach die Möglichkeit hatten, sich hier unterschwellig in die Diskussion einzubringen. Finde ich ein sehr gutes Medium für die Versammlung heute. Twitter ist jetzt nichts Außerirdisches, sondern es ist einfach nur Buchstabe für Buchstabe und dann wegschicken, es geht auch. Ich bin selbst nicht auf Twitter vertreten, fand es aber sehr spannend und teilweise sehr anstrengend, diesen vielen Beiträgen zu folgen. Also eine gute Erfahrung für mich, aber ich bin noch ein bisschen zurückhaltend. Der digitale Wandel wird den Diözesanrat aber nicht nur an diesem einen Samstag beschäftigen. Da könnte ich mir vorstellen, dass gerade in den Pfarrgemeinden hier auch mal eine ganz neue Gemeinschaftserfahrung da ist, dass die Älteren auch mal von den Jüngeren was lernen und nicht immer nur umgekehrt. Und da glaube ich, haben wir im Grunde genommen auch einen Aufholbedarf, den wir jetzt befriedigen müssen. Das Ziel ist also klar. Facebook und Frohe Botschaft, Pastoral und PC sollen enger zusammenkommen.